Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute eine VA für Stefan. Der liebe Stefan, auch bekannt unter dem YouTube-Namen Stefan123321, hat zu einer VA aufgerufen. Und zwar nach den stabilsten Klappmessern. Und hier sehen wir mein stabilstes Klappmesser, die Pocacette von Jörg Sprawe. Ich würde sogar behaupten, dass das das stabilste Klappmesser auf dem Markt ist. Aber das hat noch kein Test gezeigt. Aber es ist sicherlich eins der stabilsten. So, da kommen wir erstmal dazu, zu meiner persönlichen Meinung zu stabilen Klappmessern. Und da möchte ich auch noch ein bisschen was drüber sagen. Und zwar, ich persönlich halte von stabilen Klappmessern eigentlich recht wenig. Denn ich habe hier mein stabilstes Klappmesser. Und das ist nämlich das Fixbein. Weil, jetzt kommt es, jedes Klappmesser, auch dieses hier, hat eine Achse. Und diese Klingenachse ist immer der Knackpunkt. Und ich meine auch, dass ich, auch bei diesem Messer, dass ich bei fast allen Messern, wenn ich die so nehme, bam, wenn ich hier drücke ordentlich, die Klingenachse einfach durchbrechen kann. Beziehungsweise das Messer komplett auseinanderreißen kann. Wenn man so, in diesem Winkel, hier, da Kraft einwirkt, seitlich, kann man praktisch jedes Messer einfach so zerbrechen. Bei dem hier ist es relativ schwierig, aber ich hätte jetzt zum Beispiel ein anderes, auch ein stabiles Klappmesser von mir, stelle ich gleich nochmal vor. Das Zero Tolerance 0,262, das meine ich. Wenn ich das jetzt hier so nehme, ich kann das so auseinanderbrechen. Gar kein Problem. Mach ich natürlich nicht, um es zu beweisen, weil, teuer. Das ist das Ding, und zwar, Klappmesser sind nie so stabil wie Fixed Blades. Wenn man ein stabiles Messer braucht, kann man sich einfach ein Fixed Blades nehmen. Wofür braucht man dann ein Klappmesser? Dann das Ding, dieses hier, besonders stabil durch Tri-Ad-Lock, beziehungsweise nochmal stabiler, dadurch, dass der Bolzen hier, wie sieht man das, sechseckig ist. Und noch eine höhere Auflagefläche hat dazu, wenn man hier reinguckt, extrem große Washer und auch eine extrem dicke Klingenachse. Dann Liner, 4mm Stärke meine ich, wo das gerade aussieht wie 3, aber ich meine, das sind 4mm. Der Lock ja auch sehr stabil, Klingendicke sehr stabil, sehr kurzer Anschliff, ultradicke Phase, ich meine 1,5mm dahinter, also das ist wirklich ultradick. Malweise müsste man hier ein Scandi anlegen und die Phase wegschleifen, so praktisch nicht zu gebrauchen zum Schneiden, aber ultrastabil, also das Messer kaputt zu kriegen, praktisch unmöglich. So, das wäre erstmal so mein Stabilstes. Dann nochmal andere, die ich auch, das ist bei mir in der Sammlung, das halte ich nicht für realistisch, nutzbar, vernünftig zu nutzen. Das Zero-Tolerance, hatte ich ja gerade schon mal gezeigt, super Handlage, schneidet relativ gut noch, aber auch schon sehr dick hinter der Phase. Mir auch ein bisschen zu dick, muss ich ehrlich sagen. Ich meine 0,6mm. Ich finde Messer, die dick hinter der Phase sind, nicht gut, weil diese Stabilität gar nicht im Verhältnis zu dem steht, was man als Schneidleistung einbüßen muss. Und das finde ich sehr schade, deswegen wird das Messer bei mir auch immer seltener genutzt, weil es einfach so dick ist. Der Rest ist gut und der Schliff vor allem hier vorne nicht so hoch ist, der müsste für mich höher sein. Und das ist auch so mein Kritikpunkt, dieses stabilen Messer, leider, leider oft dick hinter der Phase, das gefällt mir nicht gut. Dann sieht man hier noch das Inlay, hoffentlich, da sieht man ganz schlecht nur jedenfalls ein Inlay. Und dann gibt es hier so Sachen an dem Messer, die hätte ich weggelassen. Und zwar zum Beispiel hat das Inlay hier unten, das sieht man auf dem Video, praktisch null, das kannst du ganz schlecht darstellen. Da unten, vielleicht sieht man es so, das sieht man nicht. Jedenfalls das Steel Inlay hat einen Overtravel-Schutz, hier unten ist eine Nut eingefräst und da geht der rein. Und dann gibt es hier nochmal so einen zweiten Overtravel-Schutz, das heißt es ist doppelt gegen nach außen kommen gesichert. Dann haben wir hier hinten vier Standoffs, ich mache mal die Klinge auf, dann sieht man das besser. So, vier Standoffs, rufe vier Standoffs, dieser eine hier am Ende hätte gereicht, maximal hier noch ein zweiter. Und diese beiden hätte man auf jeden Fall wegnehmen können, man hätte sogar alle drei hier oben wegnehmen können. Bringt aber natürlich nochmal mehr Stabilität. Aber insgesamt, schönes Messer. Die Kugellager, sieht man jetzt schlecht, ich meine das sind sogar Keramikkugellager, sind sehr schwierig, was Stabilität angeht. Das heißt, da kann es schnell passieren, dass die durch die geringe Kontaktfläche sich einarbeiten ins Material und so weiter. Dann kommen wir nochmal zu einem anderen und das ist wirklich meine, wenn ich es denn aus der Tasche rauskriege. Ich habe nämlich die hintere Hosentasche gepackt, die aber so zu ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll jedenfalls. Das ist auch meine Empfehlung an euch, wenn ihr euch ein stabiles Klappmesser, ein Einsatzmesser holen wollt. Habe ich leider auch praktisch nicht mehr in der Benutzung, weil es auch dick hinter der Phase ist. Aber ein Hohlschliff hat das Messer, aber ist trotzdem sehr stabil. Stabile Stahlliner, dann hier ein Liner-Lock, der aber zusätzlich verriegelt ist. Hier oben haben wir diese Zusatzverriegelung. Habe ich auch schon mal eine Vorstellung zugedreht. Pflickt, flippt super. Dann sieht man hier die Bronze-Washer, hoffentlich, die verbaut sind. Stabile Klingenachse, absolut stabiles Teil. Sehr gutes Ding. Also das ist wirklich meine Empfehlung. Dann Stopp-Pins hier auch außenliegend. Beim Silo Tolerance ist es das gleiche. Die Stopp-Pins sind auch eher Anschlag-Pins als Daumen-Pins. Hier als Daumen-Pin auch zu benutzen, aber muss man wissen, wie. Man darf die Finger nicht auf dem Fellenbock haben. Hierbei ist es ähnlich. Man kann die Daumen-Pins benutzen, aber wenn man jetzt mal guckt, die liegen halt genau an. Das sind halt Anschlag-Pins auch mit Flipper. Also meine Empfehlung an euch, wenn ihr euch ein stabiles Klappmesser holen wollt, CR-KT M16-M21. Gibt es auch eine kleinere Variante vor und die liegt mir allerdings überhaupt nicht in der Hand wegen dem hinteren Teil. Den haben sie nämlich da auch gemacht und der liegt dann genauso auf dem vierten Finger irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr genau, aber liegt mir nicht gut in der Hand. Und so passen die Finger gerade so rein. Wenn ich den jetzt falsch umnehme, dann drückt es mir auch in den Handballen rein. Aber die Finger, die passen gerade so rein. Also das sind meine stabilsten Klappmesser und ich hoffe, es hat euch gefallen und damit Tschüss.